Sie heißen Affenschaukel, Wackelbrücke, Wandheber und Seilpropeller. Die Rede ist von aus Kunststoff und Metall gefertigten Parcours-Hindernissen, vor denen selbst die stärksten Kerle Deutschlands einen Knicks machen. 28 Athleten starteten im Finale Die meisten der diesjährigen Ninja-Vario-Germany-Finalisten müssen am Ende sogar noch tiefer in die Hocke, nämlich dann, wenn sie wie begossene Pudel aus dem Auffangschwimmbecken steigen und sich auf allen Vieren krabbelnd wieder aus der Halle verabschieden. Natürlich werden sie dabei auf einer Applauswelle getragen, die in puncto Lautstärke kaum noch zu toppen ist. Aber kaufen können sich die gescheiterten Möchtigern Ninjas davon natürlich nichts. Und es sind so einige, die sich weit mehr erhofft hatten als nur den Erhalt einer imaginären Dabeisein ist alles Medaille. Warrior stoßen schon beim ersten Parcours an ihre Grenzen. 13.000 vermeintliche Kletterexperten haben sich für die diesjährige Ninja-Vario-Germany-Staffel beworben. 365 Kandidaten schafften es in die Ausscheidungsschuss. Für das große Finale wurde dann noch einmal kräftig aussortiert. Schlussendlich blieben nur noch 28 Warrior übrig. Und denen werden bereits während des ersten Parcours des Abends die Grenzen aufgezeigt. Selbst hochgelobte Favoriten wie Kaptein Amai Kagarines, Wolfpagliadas Latjan Diulabic und Vorjahres-Lastmann-Standing Oliver Edelmann müssen bereits während der ersten Parcours-Runde aus dem Wasser gefischt werden. Frank Burschi Buschmann und Mikrokollege Jan Köppen blicken sich nach jedem weiteren Planscher immer sorgenvoller in die Augen. Ja, will denn hier heute keiner den Butzer drücken, brüllt Burschi durch die Halle. Scheinbar nicht. Als man es auf dem Moderatoren-Podest schon fast aufgegeben hat, kraxelt doch noch einer die Laufsteg-Half-Piepe hoch. Sein Name? Michael Rindisbacher Der bullige Automechaniker aus der Schweiz ist der Erste, der sich für die zweite Finalrunde qualifiziert. Es folgen noch Circus-Akrobat René Kaselowski, Sportkletterer Moritz Hans, Pferdeliebhaber Viktor Brüsewitz und Hobby-Bassist Benjamin Grams. Aus trainiert bis in die Haarspitzen Letzterer macht von allen verbliebenen Kletteraffen den besten Eindruck. Aus trainiert bis in die Haarspitzen, und schnell wie ein Wüstenfuchs hüpft, springt und kraxelt sich das Mitglied des Show- und Tanz-Teams Aschigaru durch den finalen Parcours. Kurz vor der Kletterwand, dem letzten Hindernis vor dem sagenumwobenen Mund Midoriyama, ist dann aber Schluss mit lustig. Benjamin Hauts aus der Bahn, genauso wie Viktor und Michael. Mehr zum Thema Kurz hat als schnellster MAX 13. August 17 NINIA VARIO GERMANY Feuchte Buchsen und fliegende Wölfe NINIA VARIO GERMANY, das Finale Ein Cherliader wird Sieger der HERZEN 31. Juli 16 NINIA VARIO GERMANY, das Finale Ein Cherliader wird Sieger der Herzen Bleiben nur noch Zirkus Colio René und Sympathikus Moritz übrig. Doch auch den letzten beiden Kriegern wird kurz vor der Besteigung des mit 200.000 Euro lockenden Format Gipfels schwarz vor Augen. Moritz schafft es an der Kletterwand aber zumindest einen halben Meter weiter als sein Konkurrent aus der Manege. Und so darf sich der 21-jährige Jungspund am Ende wenigstens die Lastmann-Standing-Medaille um den Hals hängen. Ja, ja, hätten am Ende doch nur die Kräfte gereicht. Tja, hätte, hätte, Fahrradkette, bellt Burschi. Ob da irgendwann nochmal einer hochkommt, fragt Jan Köppen. Laura Wontorazug nur mit den Schultern. Moritz und die anderen Finalisten sind sicher doch sicher. Nächste Jahr ist er endlich dran, der Mund Midoriyama. Bis dahin heißt es allerdings, trainieren, trainieren, trainieren. Wir wünschen viel Spaß dabei, und sehen uns dann nächstes Jahr hoffentlich alle wieder.